Musik Hallo, mein Name ist Jule Flötgen und ich bin Teuterin bei Dienstlagen Kovos und dem IC WKM. Ich unterstütze die Initiative Hockey is Diversity, denn gerade in der heutigen Zeit, wo man viel mit Fremdenhass und Anfeindungen konfrontiert wird, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Was wäre die Eishockey-Welt nur ohne Vielfalt? Denkt mal darüber nach und unterstützt die Initiative One World, One Love, Hockey is Diversity. Die Eishockey-Welt